Hallo und herzlich Willkommen bei TurboLP und zwar zeige ich euch heute was Build It ist Build It ist ein Spiel wo ein Spieler in die Mitte gehen muss, geht automatisch in die Mitte, das ist ein Plangern wird nacheinander, jeder Spieler geht in eine Mitte, bekommt ein Wort und muss dieses Wort bauen bei diesem Video hatte ich einen kleinen Fehler und zwar, ich weiß erstes dran, aber ich kannte da das Spiel noch nicht so ich wusste nicht was ich bauen muss, ich habe einfach irgendwas gebaut ich habe, ich darf entscheiden was ich bauen darf, ne, da sieht man das gleich so, das geht eigentlich Skeleton, da sieht man das, ich muss jetzt eigentlich ein Skeleton bauen das war auch einmal zu schnell, ich hatte keine Ahnung und die anderen müssen im Chat einfach was schreiben, Penis oder keine Ahnung, da schreibt paar Idioten, Penis und so andere Sachen ja und der Sieger, ja, der als erstes Wort erratzt bekommt 3, der als zweites, drittes, viertes, fünftes oder was anderes erratzt bekommt 1 Punkt, ich bekomme auch 1 Punkt wenn jemand richtig erraten hat, das heißt, ich habe es gut gebaut ja, das ist booted server IP, steht in der Beschreibung, wie immer werden wir das Spiel auch mit NS und so Let's Plane, ihr könnt es euch weiter anschauen, würde ich auch empfehlen, passieren noch paar witzige Sachen bis zum nächsten Mal mit 2 IP, beim nächsten Mal erzähle ich irgendwas handelt, ich habe gerade echt keine Ahnung, ich habe schon alle Spiele, die ich kenne, erzählt eigentlich Hot Potato gibt es noch, was ich erzählen will, aber ähm, was könnte es noch geben, weil mir fällt nicht ein, falls es euch was anfällt, einfach in die Beschreibung, äh, einen Kommentar rein treiben, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen Dann, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen ciao 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.